Hey Elliot, seht ihr mal die Arschbilder an? Oh mein Gott, wie kommt das Zeug da bloß rein? Ich bin draufgefallen. Ich bin draufgefallen. Ich bin draufgefallen. Hm, mir war langweilig. Die Kollegen in der Notaufnahme haben eine Kiste, in der sie den Mist aufheben. Ist das wie die Kiste für Fundsachen? Wie die Kiste für Fundsachen? Sehr vornehm ausgedrückt. Das Ding heißt Arschkiste. Das ist doch wohl nicht Carlas Kuli. Hey, ich hatte keine Zeit zum Einkaufen. Oh!